Hallo und herzlich willkommen zurück bei Overwatch. Ich bin der Graphic Error und wie viele Spiele haben wir gespielt? 4, 5, 6 Spiele? Alle verloren? Das ist super, ich freue mich. Ich weiß nicht mehr was ich da tun soll. Oh Gott, was für ein BIEP-Tag. Aber ich gebe nicht auf. Vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie. Ich hoffe es. Willkommen in Shunkatown. Willkommen beim Intro. So, da haben wir einfach die Dame übersprungen sozusagen. Ich will nicht immer Mörse spielen. Ich schenke mir mal was zum Drinken, eine. So, da. Wir sind in der Ferteidigung. Exit. Da gehöre ich hin. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. He, lol. Cool. Es gibt nichts, das ich nicht schon gesehen habe. Arbeitet zusammen. Wir werden unsere Mission erledigen. Kinder, benehmt euch. Wie böse sie mal schaut. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Halten sie die Pracht auf. Na dann. Auf ein neues. So schnell bin ich leider nicht. Ich bin bereit. He, 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 lol. Nur ein Kratzer. Bereit zum Einsatz. Der fehlt gar nicht. Echt schon? Jetzt? Oh, ja. Das wird lustig hier. Ja. Das wird lustig hier. Wie geht das jetzt aber wieder hin los? Wie geht's heraus? Verlieren macht Spaß. Kann dich so nicht heilen, Chancred. Ja, ich weiß nicht was ich da noch tun soll. Genau. Fang. Fang. Nein. Oh, ich hab was durchwerfen kann. Ich fühle mich unaufheifbar. Du bist wieder dienstauglich. Ich hätte den Zeug getroffen, aber ja. Ich hab einen Acker. Gekinnt mit der Granate. Feier angesichtet. Okay. Oh, na, schade. Ich hab dafür gerend in die Pfeiler rennt. Wir sind noch kümmer klein. Der Ruhestand war sowieso nichts für mich. Ich benötige Heilung. Daaaah. Hm. Jetzt haben sie keine Genji mehr. Das sollte helfen. Ist das so schwer, sie eigentlich noch zu unterbrechen? Jaaaah. Das war knapp. Dann gehe ich ihm wieder Schild. Oh, ich hab ihn getroffen. Maaan. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Der Ruhestand war sowieso nicht. Der Ruhestand ist bereit. Na dann. Achso, Peng. Weiter weg, weiter weg. Nur ein Kratzer. Danke auch. Bitte gerne doch. Ihr könnt. Schnell ist Ihnen sicher. Oh, ich bin so. stuck. Vielleicht ist es nicht mehr. Dann ist das. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. oh I never use your breath Dieses Leben stinkt mich an, dieses Leben stinkt mich an Ah, ist in Paris Oh Gott, was will ich Ah, komm weg Ah, mach weg Oh, einfach wegst du mich nicht Ah Okay Hey Leute Nach 60 Sekunden Auf Anschneid bitte Ich hab hier geblieben Okay, ich hab' den Kali Danke Gut gemacht, Saria Gut gemacht, Saria Na toll Ah, jetzt haben wir eine Führer Alter, wie oft trifft die mich? Ich jump hier rum und sie trifft mich Da, zack, ja klar, ja klar, ja klar Ja Nice Okay Okay Huch Es ist machbar, aber war ja genauso in der vorherigen Folge Machen sie sich bereit zum Anderf Da war's ins Action Pirate Ship Taktik Ein bisschen, aber da fehlt Gut, Orisa, ja, aber Huch, mh Huch, mh Boah, Entschuldigung Sieht man das an? Ja, sieht man ein bisschen Aber man hat's sicher gehört Hört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen Auf die Plattform bitte Auf die Plattform bitte Auf die Plattform bitte Boah, da draußen ist laut erst Quatsch tügen wir Angriff Phase beginnt in 30 Sekunden Genji Wie in alten Zeiten Ich weiß wer quatscht Unserer Wege kreuzern sich erneut Vorläufig Eine Frau Irgendwie stellt sich hier keiner drauf Heee Fünf Vier Drei Zwei Eins Angriff beginnt Boah, die ist ja voll langsam nervt. Alter. Jetzt reicht es langsam. Was macht ihr? Ihr könnt ja niemanden töten. Ihr könnt ja gar nichts. Okay. Aber ein Teleporter haben sie. Entschuldige, Wincy, aber du bist es schwer zu verfehlen. Sie haben einen Teleporter. Lokalisiert und verstört. Machst du keine Sorge, dass du ganz lange siehst. Ich hoffe, sie stirbt. Oh, lol. Wo bin ich? Ich habe einen Teleporter. Ich habe einen Teleporter. Ich habe einen Teleporter. Mann, ich hatte keinen Sleeppfeil. Sleeppfeil vor allem. Naja. Der nächste stirbt. Der nächste stirbt. Ich will leben. Ich will leben. Ja, du. Da! Wie ist doch treffe ich hier niemanden? Was ist das für? Dann sitzt ein Teleporter. Ich gräfe heute gar niemanden. Nicht einmal ein bisschen Glück habe ich. Ja, und jetzt kommt sie hier. Und töte gleich zweck. Na doch. Alter, ihr könnt ja gar nichts. Oh, wie gesagt. Ach, wo ich die ganze Zeit alleine erschien? Klar. Warum nicht? Ja, immer dieses Blocken. Ja, immer dieses Blocken. Ich bin mir heute echt schwer. Okay, okay. Wir kommen durch. Oh, Leute. Oh, Leute. Dieser Harn so ulti. Dieser Harn so ulti. Give me mercy. Ich bin da so verwundbar. Okay, sie ist sofort. Ich habe mich kein Schlimmerem erholt. Wir haben keinen Heal vorn und sind alle gekriegt. Ich bin durch die Erheilung. 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 Ja, dann helle ich mich halt selber. nivellte! Nein! Ah, siehst du, Seniata? Ich kann heilen. Okay. Mach das, kann noch was reißen. Hilfe. Nice. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich hätte damit nicht gerechnet, aber... Okay. Okay. Okay, noch einen. Da. Ah, drei Kills, okay, das ist das Heile. Alles klar. Ich war gut, 90% des Teams schon so viel. Hahaha. Tschuldigung. Also, wenn ich richtig schlecht spiele, anscheinend, dann geht ihm auch. Ich hab keine Ahnung. Gut, vielleicht haben wir uns jetzt wieder... Ja, vielleicht haben wir uns wieder gefangen und... Vielleicht geht's jetzt wieder bergauf. Und ob das so... Ob es wirklich bergauf geht, seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Das... Ab und zu kann man das ja mal machen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Kleider Gerber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tja. 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 Vielen Dank.